Diese Klicks sollen auf seinen Kopf gehen, kein Problem. Einfach rausnehmen, ohne Bescheid zu sagen, das ist eine sehr hundische Aktion. Also ja, klar, der Manuel würde ja am liebsten jetzt auf den Vollplatzen so. Oh Allah, soll ich jetzt das nächste Fass hier aufmachen, Mann? Soll ich das, soll ich dieses Fass aufmachen? Oh mein Gott, ey. Ja, so guter Engel und böse Engel auf links und rechts Schultern sind am streiten. Oh Allah, soll ich jetzt das nächste Fass hier aufmachen, Mann? So. Manuel Sinji hat, äh, sauer und enttäuscht und äh, pass auf. Wir gucken mal hier ganz was rein. Diese EP kam, genau, genau, diese EP mit dem mit, äh, mit diesem hier. Die EP kam mit diesem hier. Wo ist das überhaupt? Thorsten, das war damals auf dem Kellerkanal, ist das hochgegangen. Wurde das gelöscht? Wurde das gelöscht? Wurde weiß ich nicht. Ach, okay, das ist krass. Das ist jetzt die, ähm, das ist jetzt live. Er versucht live irgendwie so einen Song abzuchecken, Tossit, sein Song, und, äh, und es ist einfach nicht da, ne? Und das sieht er gerade live. Ah, okay, krass, jetzt verstehe ich das jetzt. Er sieht das jetzt erst. Wenn mein, äh, Bild euch stört, sagt noch Zeit. Ah? Der Kellerkanal ist gelöscht. Ja, gut, okay. Weißt du, was mich jetzt aber abtönt? Weil, weil das Video weg ist? Ja. Ja. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier, zwei Meter gab es auch irgendwo. Die EP da, hier, zwei Meter. Ich merke, ich habe jetzt nicht gemerkt, dass das weg ist. Haben die das runtergenommen? Aber das ist auch nicht die feine Art, so einfach. Ja, man sieht schon, dass es, äh, ihn immer ein Stück, und, also, dass ihn das wurmt, dass er emotional da gerade, dass ihn das, ist so, aber auch normal, oder? Was würdet ihr sagen? Irgendwie einer der, also, wenn man einen Song von ihm kennt, dann ist es in letzter, dieser Toss-Hit. Und, äh, es ist schon Absturz, dass es weg ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ich weiß natürlich nicht, was vorgefallen ist, aber, ohne, ich kann verstehen, warum er abgefuckt ist. Ohne Bescheid zu sagen, einfach runternehmen. Soll ich das falsch? Nein, ist nicht falsch, aber, macht dieses Thema zu leid, äh, Lando, Mafiget, Rula und Ismo, weißt du, du weißt warum, ne? Ist der Kronlobe, ne? Der, der, also gut, ich kann kein Arabisch, aber, Bruder, es gibt doch jemand, der Arabisch kann, warum spricht der nicht Deutsch, einfach? Hm. Hey, Barf, was, äh, was, hat er das runter, wie? Wie wenn das Ganze kein Kellerkanal, doch, den Keller, egal, lass uns einfach nicht aufregen, lass uns einfach nicht aufregen, scheiß einfach drauf, das ist einfach ein Masrallah. Ja, Walla, geht gar nicht klar, hast recht, ja, geht auch nicht klar, aber was sollen wir jetzt machen? Sollen wir uns aufregen? Hundeaktion, was soll ich das sagen? Boah, wild, er sagt Hundeaktion, ja. Was sagt dir denn, Chat, Real Talk jetzt, jetzt mal, ja, ich, das hat ein sehr viel geklicktes Video von ihm, das einfach weg ist, natürlich, äh, das fängt in seinen Katalog rein, so weißt du, das ist doch irgendwie kacke so, oder? Das ist nicht cool. Ich weiß aber ehrlich nicht, was jetzt vorgefallen ist, ne, das muss man auch dazu sagen, aber so, keine Ahnung, ja, es ist ohne Hintergrundwissen, was soll ich euch sagen, gerade schwer zu beurteilen, genau. Ne, warte mal, das regt mich jetzt auf. Ne, warte mal, warte mal, aber war da sowas, macht man nicht. Ja, aber, Bruder, Bruder, Thorsten hatte was für sich, wie viel, hat fast zwei Millionen Klicks, Bruder. Der will sich von jedem, hier schreiten, der will sich von jedem damals distanzieren, ich schau auf meine Mutter, guck mal, äh, Oma, Ramo, lass mich hier nicht reden, ne. Ja, also ich sag mal so, äh, jetzt, ähm, nur weil ich meine, nur weil ich meine Fresse halte und die ganze Zeit nichts sage, heißt es nicht, dass hier die Leute immer zu 100% im Recht sind. Guck mal, dieses Ruhrgebiet gehört mir, versteht ihr, was ich meine? Und nur ich kenne die wahre Geschichte, so, ich kenne die wahre Geschichte und ich habe meinen, und ich halte meinen Mund, ich halte meinen Mund, damit nicht noch mehr Streit rauskommt, ne. Aber ihr würdet euch, ihr würdet euch umgucken, ihr würdet euch umgucken, wenn ich meinen Mund aufmachen würde. Ich mache das nur nicht, weil ich ein Gentleman bin. Aber nach so einer Drecksaktion normalerweise, aber egal, wir sind keine kleinen Kinder. Wir sind keine kleinen Kinder. Sag dein, diese, diese Klicks sind, diese Klicks sollen auf seinen Kopf gehen, kein Problem. Mir ist das scheißegal. Mir bedeuten Klicks nicht. Aber die Art und Weise, wie man es macht, einfach rausnehmen, ohne Bescheid zu sagen, ne. Das ist eine sehr hundische Aktion. Sehr hundische Aktion. Aber egal, scheiß drauf, sag dein. Sag dein. Ich sag nix. Alla, ich sag nix. Bruder. Alles der Karte. Mich und Hannas. Bruder, zwei Millionen Klicks. Sowas macht man noch nicht. Ja, es ist schon hart, weil ich meine, ey, das wäre so ein bisschen so, keine Ahnung, Hip-Hop, der löscht irgendwie so ein krasses, was los von mir. Dass ein paar Millionen Klicks hat und so. Das ist einfach, das machen wir einfach nicht. Das ist ja so, irgendwie Legacy, Archiv, Catalog, wie du es auch nennen willst. Es ist ein Stück Arbeit einfach. Und gerade bei Musik ist es noch ein bisschen empfindlicher, finde ich. Finde ich nicht korrekt. Ist ja klar. Natürlich die Frage, was da passiert ist. Warum die das machen. Oder warum. Sowas macht man nicht. Also Leon schreibt, also damit das klar ist, der Leon schreibt ja gut, aber wenn Hip-Hop.de zum Beispiel den ganzen Kanal löscht, was ist dann? Also, für diesen Fall habe ich schon mit Toxic mal geredet. Also nicht, dass sie das machen wollen, aber dann können die die Videos rüber swappen zu mir. Das heißt, diese Videos behalten auch die Klicks und alles. Das heißt, wer das auch immer gemacht hat, könnte, zum Beispiel, wenn er sagt, der Mois, keine Ahnung, ich will das Video nicht mehr bei mir haben, weil ich bin mir nicht mehr gut mit Manuel, ich will mich nicht mehr identifizieren. also falls das der Fall sein sollte, dann könnte der immer, boah, ich habe mich hier echt angesabbert, der könnte dann einfach, man könnte sprechen und die können das Video rüber swappen auf Manuel's Kanal. Die Klicks würden gleich bleiben. Das geht schon unter Umständen, das kann ich, das machen wir jetzt auch. Ich habe ja sogar zu Hip-Hop.de gesagt, ob ich alle meine Was-Los-Folgen abkaufen kann, sozusagen. Also das geht alles. Man muss sich einfach löschen. Ja und natürlich jucken ihm die Klicks, auch wenn er jetzt sagt, das juckt mich nicht. Vielleicht juckt ihn das Prinzip einfach, aber natürlich, die Klicks sind ja auch wichtig, also wollen wir doch nicht so tun, als ob das nicht wichtig ist. Man will ja auch sehen, wer deine Musik hört, wie viele Leute hören deine Musik, das ist ja auch eine Bestätigung für deinen Kopf, dass du da so viel investierst in Musik. Also weißt du, es ist doch okay, dass man sich da abhackt. Ja. Oder sowas macht man nicht, aber egal. So gut Laune, Alter. Egal, scheiß drauf. Auf jeden Fall, guck mal, scheiß drauf einfach. Wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter. Der Kanal ist nicht gelöscht, Manu. Ja, ist nicht gelöscht, aber warum das Video nicht online ist, keine Ahnung. Ja, ich sehe es auch gerade, der Ilja schickt mir gerade, der Kanal ist da, alle Videos sind da, nur Manus Videos sind alle raus. Ja, okay. Auf jeden Fall kam dann so, ne? Ja, ey, ich fack mich, egal. Scheiß drauf, scheiß drauf. Ne, also ich muss jetzt mal im Ernst sagen, ich würde, könnte darauf auch nicht scheißen, das würde mich auch abfacken, das ist ja klar. Scheiß drauf. Guck mal hier. Es war nur für die Leute, es war auf dem Kellerkanal, das ist aber nicht der Hauptkanal von Neus, das ist ein anderer, warte mal. Das ist ein, der heißt Ad Friendly, Friendly, Kellerkanal. Das sind zwei, drittkanal, wo die nur Musikvideos hochgeladen hatten. Da ist ja auch alles drauf, Maestro ist drauf, Soko Albus sind noch drauf, wie ich das gerade so sehe. Ich glaube, Manuel, Manuel sein Chat macht natürlich jetzt ein bisschen Triggern ihn, machen Fitner. Ich sehe das ja bei uns im Chat auch ein bisschen so, bei mir ist es aber natürlich, er kann es nicht bei mir, ich mache sauber für immer. Aber, ja, man müsste sich beruhigen, vielleicht mal einen Anruf machen, einfach mal später hinter den Kulissen mal, hey, was geht, was ist denn da los, sag mir das doch und so. aber, ich weiß ja auch nicht, ob die überhaupt noch miteinander reden. Ach, lass, 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 mach, ich kann es nicht auf. Also, wir sind bis Ghetto gekommen. Sorry. Die Leute, die hier schreiben, so, wenn du was zu sagen hast, lass das raus. Sei doch nur hier dran, damit der wieder irgendwas sagt, ne, damit du irgendwas wieder rausschneiden könnt und das irgendwo hoch... Also, das Video geht noch 10 Minuten, ich glaube, ich würde auf jeden Fall planen können, ne. Aber, machen wir nicht mehr. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Und geh nicht da drauf ein. Ganz einfach. So. Bruder, das ist schon falsch, Alter, sag ich dir herrlich. Lass, es ist falsch, natürlich. Selbst dran schuld, wenn du nicht sagst, was los ist. Ja, guck mal, ich bin größer, soll ich selbst dran schuld sein. Aber, diese Aktion ist... der... Ha, 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 im Chat, äh, also, ja, klar, der Manuel würde am liebsten jetzt auf den Vollplatzen, so, was ich, äh, verstehen kann. Ja, das ist meine, ausrasterlich, auch ein bisschen nachvollziehen kann, weil es ja natürlich um sein Werk, um sein Werk geht. Man hätte ihm Bescheid sagen müssen, mindestens auch, oder das Werk sozusagen, die Klicks nicht verlieren. Ihn einfach das Swappen, auf seinem Kanal oder sowas. Aber, ey, vielleicht ist es auch nur auf Privat gestellt, vielleicht kann man es ja auch zurückholen, das weiß ich ja noch nicht. Wissen wir noch nicht. Aber das war, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht, Alter. Eine hundische Aktion. So. Was ist los, ihr Örtirme? Äh, sorry. So, auf jeden Fall. So. Mach auf Gentleman-Art, wie ist die Gentleman-Art denn? Jo. So. Hm. 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 das ist einfach so zwei Minuten stille lassen die im Video oh mein Gott und vorhin meint noch einer was fragt sich denn an dem Cutter so ab ja was denn Alter die gucken hier so 10 Minuten Video davon sind 7 Minuten Luft oder wenn der Ilja so schneiden würde der würde aber eine Überweisung weniger kriegen im Monat telefoniert privat man muss nicht immer alles öffentlich austragen scheiß drauf obwohl dieses falsche Fuffis Söle Söle I ja stimmt stimmt Benni schreibt aber für dieses Video ist der Denkprozess das ist auch sehr relevant da hast du recht da muss man sagen das stimmt weil man dann sieht wann der Moment des Platzens sich ereignet wann ist der Moment ich hole jetzt mein Inticam wann ist dieser Moment was machen wir jetzt oder wir gehen weiter Bruder Bruder ich habe keinen Bock weil das macht keinen Spaß weil das ist scheiße ok naja Mann ich weiß aber der ist ja auch viel jünger als ich oh nein das ist nicht das ist nicht schön das ist nicht schön wenn eine Frau auf der Erde nicht frei hält dann ist kein Mensch auf der Erde seine Freiheit wenn eine Frau ey Bruder wenn dieser Cutter mal eine Folge Game of Thrones geschnitten hätte man hätte gar nicht mehr man wüsste gar nicht mehr was wer wer noch lebt einfach Albtay Cut dieser Cut dieser Schnitt ist ein ein Eivismus ja so ist das so ist das ich könnte so gerne das ist kein Cut das stimmt das ist ein Reupload dieser Cut ist ein hundischer Cut ich sag dir ganz ehrlich ist ein hundischer Cut lass lass mach zu voilà soll ich jetzt das nächste Fass hier aufmachen oder nein mach keinen Fass auf dass man in sein Gesicht sehen kann dass er kurz davor ist so bloß soll ich das nächste Fass auf ich weiß das ist irgendwie auch ich weiß das auch für ihn ist das schon ernst auch emotional der es praktisch wirklich ja aber das hat ein gutes soll ich das soll ich dieses Fass aufmachen oh mein Gott ey ja so gute Engel und böse Engel auf links und rechts Schultern sind am streiten ich das nächste Fass aufmachen mach keinen Fass auf guck mal wir sind schon drei Stunden hier drin ne lass uns das so auch ganz gemütlich äh zu machen ne warte kein Fass bitte mach auf mach auf nein inti akbar minnu ey wallah du hast mein Herz gekauft wallah kam alles wir haben nichts gesagt wer ist da direkt rückenanrufe oder was äh äh die habibik was geht ab medissimo ja assalamualaikum an mahdi assalamualaikum mimon mit wem bist du alles schöne Grüße an die ganzen Shababs mit dir sind ohallah nichts wir sitzen hier machen gleich das Timing seines Anrufes ist sehr auffällig gibt's irgendwas zu sagen Mehdi die gucken das glaube ich gerade dann oder weil da sind so ein bisschen was gerade vorgefallen im also da ich glaube weiß der Chat wer Mehdi ist oder soll ich das erklären oder soll ich das lieber nicht erklären weil ist vielleicht einfach private ja okay ich sehe Chat weiß das schon ja Mehdi ist der Bruder von Ghazi Ghazi von Sinan Stream kennt ihr wahrscheinlich Ghazi äh unser Mann aus Essen Mehdi und Ghazi ich kenne die Jungs sehr lange ich kenne also ich kenne die wahrscheinlich Sinan's Kindheitsfreunde so und genau Mehdi ist auch in der Musikbranche unterwegs eher im Hintergrund und Ghazi kennt ihr ja Rapper und streamt mit Sinan's Namen genau auf den auf Basis Chat deswegen die ich schwöre auf meine Mutter ne wallah wallah warte ich gib dir einmal Manu weiter das Geile ist die denken wenn die Arabisch reden dann ist das so geheim versteht keiner aber ich verstehe das nicht aber Arabisch ist keine Geheimsprache weißt du Mehdi warte Mehdi assalamu alaikum wallah das Timing deines Anrufes ist sehr auffällig wallah der Medi-Kit guckst du gerade unseren Stream die hat er doch gerade gesagt deswegen hat er alle gegrüßt ich höre halt nicht was er sagt leider ich schwöre auf meine Mutter ne wenn ich dir erzähle dann dann erzähle ich dir ne ich erzähle ich erzähle gleich ok lass mich den lass mich den Stream lass mich den Stream in Herr zumachen ne bevor bevor ich gleich ne bevor ich gleich in ok 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 der Ufek das ist ja tatsächlich so sein Name äh ist ja so das ist ja tatsächlich äh in Dune der Film die sagen der Mahdi kommt das ist dasselbe wie Mehdi das ist der sozusagen der Name brechen das übrigens in der deutschen Übersetzung sehr sehr schlecht aus sehr langweilig so als ob das nicht heilig wäre also in dem Film Dune meinen die es ja wirklich heilig zehn Minuten das nächste was hier aufmachen soll ich jetzt das nächste pass hier aufmachen na nächster Sub-Sound oder soll ich jetzt das nächste pass hier aufmachen na auf Autotune wäre das Song geht doch nicht mehr Kallast na na wala aib wala aib wala billa aib das scheiße ist 100% dann könnte ein Anruf kommen sagen ey komm hör mal zu nur damit du Bescheid weißt nicht dass du irgendwann zufälligerweise irgendwo reingehst und dich klein machst ich nehme die Sachen raus sag mal wäre gut aber dass man es so im Nachhinein wenn man das sucht und reingehen will und dass ich angucken möchte dass das so rauskommt ist auch ein bisschen beschissen oder wala ich wusste das nicht ja oder ist doch egal ist doch egal ja sag doch Bescheid sag ich wohl das Ding raus willst das Video haben lad es bei dir hoch dies das red doch so ne aber einfach ja meine ich ja rausnehmen und nicht Bescheid sagen und so wo ist das Video hin so wo ist das Video hin deswegen wo ist das Video von Torsten deswegen ich kann einfach drauf scheißen glauben mir es hat doch nie du musst erst mal Alex Segara hat doch nie wo der hat dich wie ein Dummkopf darstehen lassen ja vallaha hat der ja ja oh das ist so gut das bestimmt keine Böse bach bach canım kardeşim canım kardeşim bach he eski zamanlarda bis so bis akadächt seidik tamam mı jimde 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 büle habersiz habersiz gidiusun videos siliusun seinen seinen seifenindan olur mu ja öyle bir şey ben öyle bir şey hayatta yapam hayatta also wir lassen den aussprechen dann übersetzt ihr euch das tamam weil türkisch kann ich arabisch kann ich aber fak işte bu fak işte bu bis adam ist onlar değil valla onlar değil ja scheriflislik yapmış ey valla so ama bugün ben onu bırakacağım bugün ben onu bırakacağım ama yarın ben gidiyorun ben bunlan uğraşıyorum ben ja ich bin ich hat kuma para dan alakası değil um geld geht es nicht para lala alakası değil um geld geht um geld geht es nicht das kann ich noch kazanmak dan alakası değil on mas so also der dieses sind keine männer keinem adam adam heißt menschen ne wenn du sagst die sind keine menschen hat er gesagt nicht keine männer ne ich hab mir kurz gedacht die sind keine männer aber ich sag's euch gleich lass mich mal kurz aushören ja oder hat er männer dann männer männer ja insan auf iranisch das ist insan rede deutsch ich rede nicht deutsch ich rede türkisch so und jetzt und jetzt ich rede nicht deutsch ich rede türkisch ich rede nicht deutsch ich rede türkisch und jetzt das mainstream ich rede ich rede wenn ich hebräisch rede was interessiert das so guck mal der gibt mir vor grad die tanzen auf dein kopf rum wollen nein egal egal also der abo intellektuell hat auch schon einigermaßen übersetzt habe ich das auch verstanden er sagt sowas wie guck mal bruder guck mal früher haben wir freunde oder in alten zeiten waren wir freunde er spricht es in türkisch nochmal anders aus aber ich glaube es gibt es jetzt mal sinngemäß wieder früher waren wir freunde und so jetzt machst du ohne bescheid zu sagen löschst du das video einfach so sowas geht nicht sowas macht man nicht ich würde sowas nie im leben dir antun aber das ist der unterschied zwischen uns und dann guck mal wir sind keine männer entschuldige wir sind männer die nicht wahrscheinlich sagt er das wir sind männer die nicht und dann sagt er nochmal wirklich die sind keine männer und dann hat er noch gesagt serf ist ja ehrenlos serf bin er hat etwas ehrenloses gemacht das ist ehrenlose aktion aber heute lasse ich ihn heute lasse ich ihn morgen werde ich mich damit befassen und dann noch mit er hat nichts mit geld zu tun und so es geht nicht um geld sowas geht einfach nicht ich denke das habe ich konzentriere auf iranischen wörter die ich da drin finde dann geht arabisch ist für mich ein bisschen schwerer ich wollte immer mal einen arabisch kurs machen so ein so ein grundkurs dass ich einfach mal so ein bisschen so verstehe was will der jetzt von mir urzeit oder schutzgeld so aber mal so ein grundkurs wäre schon mal vielleicht ganz gut das ist das ich würde sagen ich glaube nicht dass das letzte Wort gesprochen ist ich glaube wir können hier mal abschließen er wird auf jeden Fall noch was auf uns zukommen Frage ist halt es gab im chat auch den talk es ist doch sein Kanal kann er machen was der will von meinem gefühl her würde ich das nicht so sagen ich würde sagen die haben schon damals viel zusammen gemacht Manuel ist Leiterin Maestro war dabei Sinan natürlich und so die haben viel zusammen aufgebaut und klar kann man jetzt sagen ist aber Moiskanal und so kann man sagen man kann aber auch sagen mindestens hätte man aber anrufen können weil auch wenn die sich jetzt vielleicht nicht mehr so verstehen auch wenn die nicht mehr cool sind wobei ich sagen muss ich wusste das gar nicht dass die jetzt nicht miteinander so zu tun haben ich stecke da überhaupt nicht drin das ist keine ich weiß auch nicht warum man das macht also vielleicht ist auch was vorgefallen weil was ich meine es sucht doch keinen dass das Video da drauf ist weißt du oder naja vielleicht geht es eher darum dass man schaden wollte weil Tossit ein krasser Track war vielleicht ging es aber auch eher darum dass man gesagt hat ey wir können uns nicht mehr so wir sind nicht connected mit dem ich weiß es nicht mein Leid ja nee alles gut Chat okay ansonsten Leute nächstes Thema mal Vielen Dank.